Die Umsatzergebnisse, die Sie hier sehen, sind über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg entstanden. Diese Gesamtergebnisse wollen Sie nun in einzelne Jahresergebnisse aufschlüsseln. Kein Problem, denken Sie, setzen das Häkchen vor dem Feld Buchungsdatum. Ups, das war es nicht, was Sie wollten. Und trotzdem war es der richtige erste Schritt. Im zweiten Schritt passen Sie die Detailtiefe der Datumswerte an. Im Augenblick liefert Excel noch für jedes einzelne Buchungsdatum eine eigene Zeile, was die Tabelle so unübersichtlich macht. Das ändern Sie jetzt, indem Sie Datumswerte zuerst nach Jahren, dann nach Quartalen gruppieren. So geht's. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in ein beliebiges Datumsfeld und wählen Sie Gruppieren. Sie wollen nur Jahre, keine Monate. Also klicken Sie auf Monate, um sie aus und auf Jahre, um sie einzuschalten. Mit einem Klick auf OK beenden Sie die Aktion und die Daten sind nach Jahren gruppiert. Um die Gruppierung auf Quartale zu erweitern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Jahreszahl, wählen wieder Gruppieren, markieren die Quartale und klicken auf OK. 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 Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020